Genau das meine ich nämlich. Es ist nämlich fast kein... fast kein Beton da. Gut. Ich werde jetzt hier... Achso, okay, deswegen wechselt er. Hey, ich stehe doch gar nicht auf Eisen. Wieso kann ich dann hier Eisen abbauen? Okay. Ich wollte hier noch so eine Kiste hinstellen. Ähm. Ach man, hör doch auf jetzt. Die Kiste ist jetzt näher dran als alle anderen. Keine Ahnung warum, ist mir jetzt auch egal. Also ich brauche das nicht. Ich brauche das gerade nicht. Ich brauche... ...das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Das auch nicht. Das nicht. Das nicht. Okay. Okay. Und jetzt wollen wir doch mal gucken. Hier haben wir nochmal... ...Holz. Hier haben wir... ...Blätter. Ist hier vielleicht noch anderes Holz drin? Nööö. Okay. Und hier haben wir auch nochmal jede Menge Blätter. Und Holz. So. Und hier... ...Holz und Blätter. Ähm, nein. Blätter. Blätter. Holz. So. Und jetzt weiß ich ja. Der baut fix mit Zweig und Geschenk. Aha, warum? Hatte ich die Scheiße nicht eigentlich für... Ähm. Ja genau, hier für Sprit. Warte mal. Einstellungen einfügen. Okay. Ich hätte gerne... Das. Dazu brauche ich aber Biomasse. Hatte ich hier nicht ursprünglich mal so ein... So ein Teil, das mir... War das vielleicht das? Nee, auch nicht. Das ist aber doof. Von was habe ich denn am meisten? Von den Blättern habe ich am meisten. Also... Hätte ich gern Biomasse... Aus Blättern. Holz haue ich auch gleich mit rein. Obwohl... Das Holz wird dazu führen, dass es stehen bleibt. Ja. Ach Leute. Ja. Ja gut, die Idee war dumm, das Holz damit reinzutun. Dann halt nicht. Ich hätte gedacht, ich hätte das so gebaut, dass ich da beides reinmachen kann. Das war entweder mal so und ich habe es umgebaut. Oder halt nicht. Was ist hier los? Sind die Dinger geladen? Ja, sieht so aus. Ich finde, die Dinger könnten ja mal irgendwie grün leuchten oder so. Aber ja, die Teile sind voll geladen. Okay. So. Ähm. Habe ich jetzt alles gemacht, was ich vorhatte? Ja gut, also das Holz haue ich jetzt hier wieder in so eine Kiste rein, weil... Kann ich ja gerade nicht wirklich gebrauchen. Gut. So, jetzt würde mich mal interessieren... Ob ich eigentlich auch irgendwo... Munition herstelle oder ob ich das auch immer mit der Hand gemacht habe. Ich weiß, ich habe dafür... Einen speziellen Ort und ich glaube, ich komme da hin, wenn ich hier durchfahre. Huiiii! Muss ja eh ein bisschen Zeit totschlagen, bis ich genug... Beton... Ist das Beton oder Zement? Beton. Bis ich genug Beton zusammen habe. Ich glaube, ich bin... Und hoffen wir vor allem mal, dass hier... Ich bin das... Ich bin das... Ich bin das... Ich bin das... Musik... Ich bin... Und hoffen wir vor allem mal, dass hier diese... nicht wieder rumlaufen. Was baut das Ding? Das baut Schwarzpulver und damit ist dann jetzt hier auch schon vorbei. Okay, so und was brauche ich jetzt, wenn ich Munition bauen möchte? Dafür brauche ich Stahl, Schwarzpulver und Gummi und Signalisator. Was brauche ich für ein Signalisator? Auch schon wieder 1000 Sachen. Ich habe gedacht, ich baue hier mal eben so eine Munition-Bau-Geschichte, aber that's way too complicated. Da muss ich dann wohl früher oder später auch einen Zug her schicken. Warte, ist hier sonst noch irgendwas? Ist ja schon echt komisch. Aber man sieht den Schatten echt bis da hinten hinfliegen. Ich finde es ziemlich komisch, dass ich da den Gegner nicht drin sehe. Also dieses Vieh. Ich habe gerade was knistern gehört. Ich weiß ja immer nicht, ob das Spinnen sein könnten. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich den da unten finde. Ich glaube, der ist nämlich nicht geladen, weil man da ist. Der war nicht geladen, weil ich so weit weg von dem war. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Oha! Okay, jetzt schaffe ich's. Okay, jetzt schaffe ich's. igende igende Lobster ie